Hallo und herzlich willkommen in meiner Werkstatt. Heute ist Mittwoch, am Freitag geht es los auf die Formart nach Glinde. Und weil ich am Freitag nicht so viel Zeit habe, das wird ein bisschen stressig, bereite ich jetzt schon mal ein paar Sachen vor, zum Beispiel die Bilder einpacken. Musik 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 Das war's. Dann brauche ich noch alles Mögliche, dann den Hammer, schade nie was, Zollstock, hier einfach zum Abstände ausmessen, ob das gerade hängt, dann Ersatzschnur ist immer gut, die Schere ist immer gut, Reißbecken, und zwar hänge ich damit die Schilder an die Bilder. Dann natürlich die ganzen Schnüre zum Aufhängen der Bilder, muss man alles selber mitbringen. Vielleicht brauche ich die, wer weiß, selten genug, um zu zeigen, dass ein Bild verkauft ist. Jo. Sieht gut aus. Ich glaube, das ist alles. Ein Lebenslauf, den muss ich auch da dran, da irgendwo hinhängen, habe ich noch daheim. Dreißlichten habe ich noch daheim, Visitenkarten, die Aufhängung für die Stellwände sind auch noch daheim. Das muss alles dann mit. Sieht gut aus. Okay. Okay. Dann schau. Entschere ich noch fast mit dir, wir können mit der Wind umgehen, die die Schrauben durch die Schrauben durchführen. So kommt es um zu schrauben, die gehen und schrauben. So führt die Schrauben durchführen, die Schrauben durchführen wird, oder Versicht sind sie im Verrückung und schrauben, wie der Bist im Verrückung, gut zäume der Gene, wie das Schrauben oder so. Sie haben sich auch da größeren, die Schrauben, so kann es nicht mehr schrauben. Und so, was ich selber hat mich noch da. Ich habe das Schrauben, wie ich oft hier mache. Also kann es gut einteenth sagen, ich habe das Schrauben, und schrauben an die Schrauben an der Schrauben anbeziehen. Sollte So, alles eingepackt. Die Blumen und los geht's. Der Straße nagt Vollmond. Die Blumen und los geht's. 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 Die Blumen und los geht's.